Herzlich Willkommen zum 30. Let's Play Minecraft Pocket Edition. Jubiläum! Ja, stimmt. Ich erkläre, dass du immer wos an der Schule gehst. Und zwar wollte ich sagen, mit Nice toutes lesen. Das ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Checka, checka. Ich will schlafen, ich habe gerade einen Bock zu pennen. Ja, mach. Guck mal was das Bett mir dazu sagt. Du kennst die Unis lieber in Zeit. Warum denn? Mensch, Bett, gib mir eine Antwort. Warum? Kann ich nur nachts schlafen? Oh. Was soll denn hier rein? Was? Hier, was soll denn hier rein? Die ist leer. Warte mal, was haben wir denn jetzt alles schon? Wir haben eine Holzkiste, eine Glaskiste, eine Sandkiste brauchen wir noch. Ich habe gerade keinen Sand. Ganz einmal Sandabgaben. Genau, ich richte die Zimmer ein und du baust Sand ab. Ja, du richte die Zimmer ein und ich nur für Drecksarbeit machen. Soll ich eine Schaufel geben oder hast du eine? Ne, ich habe keine. Dann mach dir einfach eine. Ach ne, ich wollte erst einmal anbauen und dann... Oh, voll. Und das hier, hieraus soll ja die Küche werden, ne? Küche ist richtig Esszimmer. Ist mir egal, kannst du sagen. Ich brauche, 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 brauche. Genau das. Ja, ist gut zu hören. Mach, nimm das. Nimm das. Fackeln. Meinte ich. Brauche ich. So. Und jetzt brauche ich noch eine Craftingbox. Ach nicht, ich habe hier eine Craftingbox. Stimmt. Ja, aber ich glaube, die gehört eher an die Küche. Crafting Table. Ja, genau. Ach, du bist jetzt warm ey. Nein, du bist nicht heiß, du bist warm. So. So. Richtig spiel warm. Da hin. Wir können ja hier mal so ein Fenster raus machen, ne? Ach fuck, da muss ich erst mal Fenster holen. Ich gehe mal in den Lagerraum. Ja, genau. Lagerraum. Das ist immer so umständlich, warte mal. Ach, das kannst du nicht. Das muss einfacher gehen. Hier kann man doch auch kleine Türe machen, ne? Ja, genau hier so eine ganz versteckte Türe. Ja, perfekt. So wollen wir das. Jetzt haben wir zwar gleich zwei Türe nebeneinander. Guck mal, ja? Das ist geil. Aber egal, machen wir das praktisch. Ich wollte zwei Türe machen. Hast du nicht Haufe, Meister? Ey, ich brauche mal unbedingt hier Holz, habe ich nichts mehr. Ich brauche nicht Haufe. Wolltest du das mal für mich übernehmen? Hä, Holz ist da noch da. Willst du mein Holzlieferant werden? Holz ist da noch da? Ne, gar nicht. Klar. Danke Holz mehr. Das ist eine Holzkiste. Liegst du? Ja, da ist aber kein Holz mehr drinne. Hm, scheiße. Na dann gib mir mal eine Axt oder so. Eine Schaufel brauch ich aber. Tu ich mal in die Dingsbox hier. Eine Schaufel. So, bis du keine merkt. Die müsste schon gebraucht sind. Ach, sache. Was hast du gebraucht? Verstehst du mal? Ne, die ist noch gar nicht gebraucht. Okay. Geh mir Pen, ich glaube es wird Nacht. Ja, ich geh da mal Pen. Hm, geh du schon mal vor, ich komme gleich nach. So. Entschuldigung. Das ist die Küche. Verdammt. Da wird ja auch klein die Tür gehen, das können wir dann als Abkursung nehmen. Das ist die Küche. Verdammt. Ja, du hättest natürlich in der Küche gepennt. Nein, das ist so bad. Ich hätte auch in der Küche gepennt. Natürlich auch. Der Frühjahrsvries. Alles das Essen weggeben lassen. Na dann noch. Nee. Kann ich Pen? Nee, nein. Bitte lass mich Pen. Nein! Da musst du erstmal ein paar Monster dazu nehmen. Alter, können wir das da unten nicht gleich mal wegmachen? Was? Na die Monster irgendwie, die Hände zuhören. Voll beläuchten. Nee, das kann aber gar nicht. Ach doch, du bist auf der Seite. Ich versuch mal bei dir zu schlafen, vielleicht liegst du einfach nur an dir. Oder stell dir bitte einfach mal auf der andere Seite, mal sehen was da passiert. Ich will doch beim Fenster sitzen. Nein, ich sitze am anderen Fenster. So. Gehst du gehen? Probier mal. Du musst aufs Kissen drücken. Client Message. You may not rest now. There are monsters nearby. Schreib dir in die Kommentare, was you may not rest now ist. Aber hab ich mich grad keine Ahnung. Ich muss wieder in der Nacht auch erst zu Monstern gehen. Ich hab schon richtig Angst. Hast du nicht spürt? Ja. Die Achse würde auch noch gehen, notfalls. Du musst immer alles hier mit Fackeln ausleuchten. Sonst entstehen die Zombies, Monster, Schrägstich, irgendwas. Noch hier drinnen, hab ich mich auch gar keine Bock drauf. Kannst du das draußen auch mal mit... Da ist doch gar nichts. Wer wollen denn die? Na eben, das ist manchmal übrigens komisch. Ich versteh das nicht. Können wir da eine kleine Tür raus machen? Ich will da eine extra Ruhe rein. Wo jetzt? Na hier zwischen. Weil hier sowieso schon die Fenster auf sind. Gehen wir ganz unten hin. In diesem letzten, untersten Stock. Das ist wirklich bequem. Wärme dich das alles. Oh nein. Ja, nein. Soll ich mich auch, du bist geil. Unterster Stock. Ich geh mal... Soll ich ein Herz nicht? Ja, genau. Ich nehm den geilen Umblick. Das war so geil. Kannst du gleich mal eine Tür reinmachen oder so? Ich brauch keine Tür. Ich wollte es eigentlich als Raum, aber es ist irgendwie scheiße. Ja. Was wollen wir daraus machen? Wissen wir? Mach es mal. Wie sieht denn das aus? Ja. Das kann so ein Spawner werden. Aber wir sind doch kein Monster, Mensch. Was ist denn das? Ja. Mach trotzdem durch Trottelmaschinen alles. Autsch. Ich geh schon. Ja, da. Na. Versuch mal, ob du pennen kannst. Ich kann nicht pennen. Doch, ich könnte bestimmt pennen. Ich will es jetzt mal nicht sagen. Sag mir unbedingt, ob du pennen kannst oder nicht. Das sind keine Monster, Mensch. Was ist denn das? Wir sind immer ins Haus. Da war aber was, ne? Ja, ich hab's gehört. Jetzt geh mal alle Räume durch. Ich geh erstmal unten hin. Da unten ist ne Etage. Genau, unter dir. Ne, unter dir ist nix. Über uns. Ja. Ich geh mal hin. Oder auf dem Dach vielleicht. Ich google mal. Naja, mir nicht. Ne, nix. Ganz oben. Ganz oben. Ne, so weit geht das nicht. Och, ne. Der Kuiper hat ja die Tür zerstört. Fuck. Immer noch repariert. Ich geh erstmal pennen. Das geht, ne. Ich geh mal bei dir pennen. Wir können mal hier ein Verbindungstier zwischen uns machen. Och, ne. Hehehe. Ja. Kann ich angucken. So. Och, ne. Das ist doch scheiße. Was mach ich denn? So. Fackel weg. Na, das sollen wir jetzt nicht machen. Na, ich weiß nicht. Irgendwo hier müssen ja anscheinend Monster sind. Hm. Äh. Komisch. Versteh ich nicht. Hm. Sollen die sind. Heizungskeller sind sie ne. Sicher. Ja. Das werde ich jetzt nicht angegriffen. Ich treffe ne. Im Lagerraum sind sie ohne. Und vielleicht klemmen die Spinnen unten an unserem Haus dran. Ja. Ja. Kannst du aussehen. Nee, warte. Nö. Das ist doch bekloppt. Können wir halt nicht pennen. Da unten sind Zombies. Das weiß ich. Zombies können ja auch was machen. Müssen ja nur mit dem Spinnen sind. Da oben ist ein Creeper. Und den will ich jetzt haben. Vor allem die können auf übelst weiter Entfernung dich merken. Merken dich auf übelst weiter Entfernung. Ich weiß nicht ob der jetzt runter kommt. Gutsch 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 gutsch. Wenn du nicht kommst, dann hol ich dich. Aber vielleicht... So weit komm ich nicht. Fuck. Mach da einfach ne andere Sicht. So. Komm komm komm. Ach ne, wenn ich da jetzt unten drunter stehe. Das ist doch scheiße. So, Creeper, Creeper, Creeper. Hoffentlich stirbt er gleich. Ah, Creeper! Nee, da ist noch nicht gestorben. Ah! Ich hab von Creeper verfolgt. Mal sehen, ob wir jetzt mal Schießpulver rausbekommen. Hier ist ja... Oh, na sicher. Kommt wieder nichts raus. Ganz genau, ganz genau. Hm. Was machen wir da? Jetzt, wenn das mit den Penis auf jeden Fall gerade irgendeine Scheiße. Dann gehen wir halt mal ne Penis und spielen. Aber wir können ja jeden Tag ne Penis gehen. Ja, das ist mir auch klar. Jede Folge. Hm. Wie nicht da. Die Tage wurden ja länger gemacht, deswegen... Die Gnechte auch. Ist das auch nicht heißer. Cool, jetzt noch mal neuerweise auf dem Dach. Ah, Creeper! Creeper, Creeper, Creeper! Aber auf dem Dach! Nicht auf dem Dach! Nicht auf dem Dach! Nicht auf dem Dach explodieren! Zeug, Creeper! Hey, helf, 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 helf! Wo willst denn du? Nein! Ei, bei dir ist ja ein Ton, bei dir... Hä, stehst du hier? Ach, hier ist der Explodiert. Hier war auch kein Creeper. Doch, da war ein Creeper. Hm, vielleicht brauchst du das. Aber das war dann auf dem Dach, ey. Ne, ne, aber ja. Auf der Terrasse. Ich geh mal aufs Dach. Ich auch, wenn's hinkriegt. Ich will nur runterfliegen. Nein! Ich bin gestorben. Wir sind schonmal... Ah, Käse! Wir spawnen immer auf dem Dach. Sehr schön. Und hier oben ist Creeper. Oder... Ach, da ist eine Spinne! Wo denn? Da hinten! Liegt daran, wahrscheinlich. Schatz ich mal. So. Wo ist die Spinne? Machst du gleich mal weg. Ich mach sie... Dein Zeug. Obwohl, machen wir noch eine Folge gleich. Ja, klar. Dann gut. Ähm, dann würde ich sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die 30. Folge, hoffe ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Tschüss, liken, abonnieren, kommentieren. Tschüss, bis zur nächsten Folge.